Dieses Ding, das in mir drin wächst, ich kämpfe schon seit sechs harten Jahren dagegen. Dr. Emerald arbeitete an einem Heilmittel für das Konon-Syndrom. Sie war die Einzige, die mir die Medikamente verabreichen konnte, die meine Krankheit kontrollierten. Paul? Und Jack hat sie mir weggenommen. Wie zum Teufel konnte das passieren, Martin? Wie ist es möglich, dass Sie sie entführen konnten? Paul, Ihre Krankheit spricht aus Ihnen. Ich bin auf Ihrer Seite. Ganz ruhig, alles... Sie entführten sie. Ohne Sophia gibt es keine Hoffnung auf Heilung. Wir haben alles getan. Aber es gibt Kräfte innerhalb von Monarch, die gegen Sie arbeiten. Ich glaube, Burke war nur die Spitze des Eisbergs. Das war nicht nur Joyce alleine. Äh, Sir? Wir haben Dr. Emeralds Laptop gerettet. Wenn Sie einen Blick darauf werfen möchten... Ich komme sofort. Ich möchte Sophias Zahlen durchgehen. Wenn sie recht hat, dann verschlimmert sich der Riss deutlich schneller, als wir dachten. Sie kennen die Zukunft. Dr. Emerald tut das nicht. Ist das Rettungsboot überhaupt in einem aktivierungsfähigen Zustand? Sie versucht, Sie zu überzeugen, dass Ihr Zeitplan falsch ist. Warum? Damit Sie sich beeilen und einen Fehler machen. Die Leute, die gegen Sie arbeiten... Sie könnte dazugehören. Tut sie nicht. Sind Sie bereit, den ganzen Plan dafür zu riskieren? Ich fliehe Sie an, Paul. Warten Sie mit der Aktivierung. Lassen Sie mich klar Schiff machen, bevor das alles aus dem Ruder läuft. Wie wollen Sie fortfahren? Jemand arbeitete gegen mich. Jemand aus meinem näheren Umfeld. Martin Hatch. Sophia Emerald. Ich konnte Ihnen nicht beiden vertrauen. Ich will, dass er unverzüglich festgenommen hat. Ich habe neue Informationen über Martin Hatch. Martin war jahrelang mein engster Berater. Ich begann mich zu fragen, ob das ein Fehler gewesen war. Sophia war loyal. Das war sie schon immer. Ich glaube immer noch nicht, dass wir ihr tranken, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat. Sie weiß, wozu sie fähig ist. Sophias Forschung hatte mein Leben gerettet. Starker konnte Loyalität nichts sein. Na ja. Hi, zurück zu Quantum Break. Wir gucken hier gerade mal die Option an. So und Emerald, vervalieren wir eine Zeitmaschine. Ich sagte, ich versuch's. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es Sophia war. Ich konnte es nicht ignorieren, trotz allem, was wir durchgemacht hatten. Sie wusste, ohne ihre Medikamente sind sie verloren. Und dann nahm sie sie weg. Wenn sie sich gegen mich gewendet hatte, mit all ihren Kenntnissen, könnte der Schaden unermesslich sein. Sophias Daten waren immer gut. Ich vertraue ihr. Wir analysieren die Zahlen und treffen sofort Vorbereitungen für die Aktivierung des Rettungsboots. Gut. Ich bringe den Laptop in die wissenschaftliche Abteilung. Nein, ich denke, das mache ich selbst. Verstehe. Sir. Setzen Sie jemand auf Hatch an. Er muss ständig überwacht werden. Ja, Sir. Wird erledigt. Sie haben die Bilder der Sicherheitskameras ausgewertet. Und den Komplizen von Joyce identifiziert. Es ist Beth Wilder. Sie ist eine unserer Agentinnen. Sie. Gott, sie ist von Anfang an dabei und sie arbeitet für Jack. Wo ist sie jetzt? Unbekannt. Aber wir sind schon an ihr dran. Nein, 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 nein. Sie darf nicht sterben. Noch nicht. Findet sie. Und was auch immer Mr. Hatch tut, und ich will es wissen. Vermasseln Sie es nicht. Beth Wilder. Ich hörte ihren Namen zum ersten Mal. Aber sie ist da gewesen in der Vergangenheit. Als alles begann. Sie war die ganze Zeit hier und hat von innen gegen mich gearbeitet. Und sie war nicht die Einzige. 63%. Die Medikamente. Sie verlieren ihre Wirksamkeit. Aber das Unvermeidbare lässt sich nicht ändern. Die Zeit ist einfach nur eine Endlosschleife. Und ganz egal, was ich tue, die Zeit endet. Ich muss in das Labor. Da drin ist was, was ich brauche. Das Rettungsbootprotokoll. Was hat sie nur derart verängstigt, Martin? Wirke ich verängstigt auf sie. Das ist Dr. Emeralds Bericht. Die Anomalien, sie. Sie treten immer häufiger auf. Was ist das? Eine krone und geschädigte Lebensform. Was ist feindselig? Es ist Dr. Kim. Weg hier, weg hier! Weg hier, weg hier! Weg hier, weg hier! Weg hier, weg hier! clicke hier, weg hier! Ich muss zur Hatch. Und was hatte Burke damit vor? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das Rettungsboot-Protokoll ist. Es ist ein Zufluchtsort. Für eine Reihe von unentbehrlichen Mitarbeitern von Monark, um eine Lösung zu finden, wenn sich der Sturm gelegt hat. Unentbehrliche Mitarbeiter. Das heißt, ich wäre auch auf dieser Liste, nicht wahr? Nein, nicht, wenn es nach Paul Serene geht. Er weiß den Wert seiner Leute nicht zu schätzen, gibt sich ganz seinen großen Idealen und Trugschlüssen hin. Wissen Sie, was ich für die schlimmste Idee auf diesem Planeten halte? Die Vorstellung eines Gottes. Allein schon der Gedanke. Ein Wesen mit so viel Macht. Der Fähigkeit, willkürlich zu geben und zu nehmen. Eine derartige Macht. Sollte man fürchten und nicht anbeten. Und doch glauben Menschen an ihn. Genau wie sie an Paul Serene glauben. Sehen Sie, das Furchterregende an Gott ist nicht seine Macht, sondern, dass er durchdrehen könnte. Paul Serene ist durchgedreht, Charlie. Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Das Ende der Zeit. Und hier kommen wir ins Spiel. Es ist zu riskant, die Schlüssel zum Königreich nur einem Mann zu überlassen. Wir müssen uns absichern. Es gibt den sogenannten CFR. Das ist der Schlüssel für unser Überleben und er muss sicher aufbewahrt werden. Aber solange Paul der Einzige ist, der Zugang dazu hat, ist es nicht. Hätte ich Zugang zum CFR, könnte ich einschreiten, Monarch wieder auf Kurs bringen. Und wenn das geschieht, werden die Karten neu gemischt, Charlie. Und zwar neu gemischt. Mit Ihnen als meine rechte Hand. Ich wäre auf der Liste. Mit Sicherheit. Dann müsste ich zurück zum Monarch. Eine solche Ausweitung der Zugriffsrechte kann nur von innen erreicht werden. Ich habe die Insel komplett abgesperrt, aber das Pumpenhaus auf der Westseite ist mit einem Versorgungstunnel unter der Bucht verbunden. Niemand kennt ihn. Niemand wird sie sehen. Die Zeit läuft uns davon, Charlie. Sie sollten jetzt los. Commander Davis? Ja, Sir? Gehen Sie zum Labor. Es geht weiter. Das Erscheinen der Anomalien ist weiterhin unvorhersehbar, aber sie dauern an. Sporadisch, aber permanent. Ich muss sicher sein. Wenn ich das Protokoll einleite, gibt es kein Zurück. Mr. Serene, bei so etwas gibt es keine Gewissheit. Wir haben keinerlei Erfahrung damit. Wie lange? Wir haben nur Dr. Wir haben nur Dr. Emeralds Simulationen. Ohne ihre Bestätigung ist es schwer zu sagen. Sagen Sie mir einfach, wie lange? Das Joyce-Feld könnte innerhalb von acht Stunden kollabieren. Mr. Serene, wenn Sie fortfahren wollen, müssen Sie jetzt eine Entscheidung treffen. Wo ist es jetzt eine Entscheidung treffen? Das Joyce-Feldめています. Wie lange? Es ist eine Entscheidung von août! Dr. Patrick low Muito Road Charlie. Das ist ein Ort. Er wurde gebaut, um die Leute vor dem Riss zu schützen. Das Problem dabei ist, es gibt eine Liste und jeder, der nicht draufsteht, ist so ziemlich im Arsch. Wenn wir's zurück aufs Festland schaffen, kann ich uns auf die Liste setzen. Uns alle... Diese Insel ist komplett abgeriegelt. Wie soll das gehen, Charlie? Es gibt einen Tunnel. Hey, hörst du, wenn du mich dieses Mal wieder anlügst, ich schwöre ich... Lass mich... Lass mich los! Ich bin es leid. Ich weiß nicht, warum du das alles tust, aber ich muss deinen Namen nicht auf die scheiß Liste setzen... Was haben Sie gemacht? Dem geht's gut. Ich sag dir, warum du mich auf die Liste setzen wirst. Ich hab eine schwangere Frau zu Hause. Und sie ist das Einzige, woran ich im Moment denken kann. Und wenn du verhindern willst, dass ich sie beschütze, dann schwöre ich bei Gott. Nächstes Mal wirst du nicht wieder zu Atem kommen. Du gehst vor. Äay! kettlebell Wunderville Was? Guten Abend, Dr. Emerald. Acht mich, meine Zurückhaltung schmolz da hin. So, sagt er, verwehren wir uns. Noch fünf Minuten, Mr. Hedge. Was ist das? Ich weiß es nicht. Es lief schon, als wir ankamen. Ich werde dich befreien, mein Freund. Deine Gefangenschaft bedrückt mich. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. All right. All right. All right. In welchem Monat ist sie, Ihre Frau? Im dritten. Glückwunsch. 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 Scheiße, was ist das? Wir sind unter der Bucht. Liam? Raus hier! Schnell! Zurück! 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 Weiter! Seid ihr okay? Ja. Ja, und du? Alles gut. Runter auf den Boden! Runter! Hey, nein, nein, wir gehören zum Monarch! Habt ihr mich verstanden? Nein! Auf dem Boden! Hey, nein, 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 hey! Ich hab die Meldung gemacht. Ich gehör zu Hatch. Wincott? Ja. Wer ist sie? Sie ist Krononwissenschaftlerin. Sie ist wichtig. Wir müssen sie sofort zum Monarch bringen. Bitte. Ach, dass ihr hier rauskommt. Sofort! Ja. Gibson. Ich habe Börse. Fiona! Fiona! Fiona, du musst mir zuhören! Hey! Du Arsch! Du hast ihn umgebracht! Scheiße! Hey, ich wusste doch nicht, dass sie ihn gleich erschießen! Was hätte ich denn tun sollen? Hä? Du hast mich verarscht und dann entführt? Es geht nicht um dich, Charlie. Klaust du gerade den Wagen? Mach einfach, dass du wegkommst. Nein, du brauchst mich. Ich hab, was ich von dir gebraucht habe. Ja, das bin ich schon gewöhnt. Mach doch endlich die Augen auf. Das Ende der Welt steht bevor und ich versuche, es zu verhindern. Ja, eine echte Heldin. Fick dich. Eine Krankenschwester, bring gleich da. Burke, du Schwein. Weißt du, ich werde es genießen, deine Frau Költen. Weißt du, ich werde es genießen, deine Frau Költen. Weißt du, ich werde es genießen, deine Frau Költen. Commander Davis. Davis und sein Team. Gute Männer. Monarchs Elite. Paul. 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 Und meine Medikamente? Ich fürchte die auch. Sie wissen, was das bedeutet. Sie können nicht mit Sicherheit sagen. Ich bin ein guter Mann! Und Sie haben es nicht verhindert! Weg! Er will mich dafür büßen lassen. Er will mich leiden lassen! Bis zum Ende. Joyce und Wilder. Aber was mich beschäftigt... Wer hat Sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort. Während Sie als vermisst galt. Nur wenige Minuten vor der Explosion. Paul. Paul. Paul, bitte. Paul, hören Sie mir zu. Es ist an der Zeit, dass Sie erkennen, wer Sie wirklich ist. Das war Ihr Abschiedsgeschäft. Sie wurde dazu gezwungen. Sie versucht, Sie zu vernichten. Sie versucht, mir zu helfen! Um Himmels Willen, was... Sehen Sie sich an. Der klügste Mann, den ich kenne. Blind vor Liebe. Wie ein Narr. Paul, was haben Sie mit ihr vor? Sophia ist loyal. Sie hat sie manipuliert. Sie war immer loyal. Denken Sie darüber nach... Wenn wir bald den Nullzustand erreichen. Entschuldige ich es hier. Entschuldige ich es hier. Ich versuche, wenn Sie nicht sagen. Ich versuche, dass Sie nicht die Endung kommen, Dr. Holden. Was gibt es? Das Protokoll wurde eingeleitet. Ich muss meine Familie wecken. Ich fürchte, dafür haben wir keine Zeit. Ich bin ein sehr starker Blick hinter die Kulissen von Monark. Guten Abend. Ich weiß, Sie hatten jemanden erwartet, der nicht so gut aussieht. Leider nicht. William? Hey, Kumpel. Schön, dass du es geschafft hast. Ich habe gerade deiner Frau erzählt, wie besorgt wir alle waren. Emily, wir müssen gehen. Gehen? Wozu die einen? Emily, komm. Okay, ja. Michael! Michael! Sie sind nicht wirklich. Letzige, wir machen uns. Sie sind nicht, wir machen uns. Da. Gehen wir uns. Was? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Und Monarch hat sich das zunutze gemacht und sie gaben mir Arbeit. Und ich schwöre bei Gott, ich habe, ich habe es nicht, ich habe es nicht ausgehalten, allein zu sein. Und so bin ich immer dienstags und mittwochs die Straße entlang spaziert. Denn es waren die einzigen Abende, an denen die Barkeeperin nicht zum College musste. Und ich habe mir jeden Abend gesporen, dich anzusprechen. Und ich brauchte ein ganzes Jahr dafür. Emily, mein Monarch bekam mein Leben, bekam mein Lebensstruktur. Mit dir bekam es Sinn. Ich tat es, um dich zu schützen und um uns zu schützen. Unsere Familie. Ich tat das alles für unsere Familie. Aber Emily, du musst auf mich hören. Etwas Schreckliches wird geschehen. Und ich werde dir alles erklären, aber wir müssen jetzt los. Wir müssen sofort weg. Bitte, bitte lass mich dich. Bitte lass mich dich. Ein letztes Mal. Beschützen. Bitte. Bitte. Ich bin's doch. Ich bin's. Bitte. Ich bin's. Okay? Wir müssen los. Wir müssen sofort weg, okay? Ich bin's. Ja? Hier ist Pierce. Ich bin am Standortlabor, Sir. Ich habe neue Informationen über Martin Hedge. Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich. Sie haben genau das genommen, was Paul zum Überleben brauchte. Dr. M. Das hat sie zum wichtigsten Ziel gemacht. Ja, das stellten sie klar. Monarch sperrte jeden Fluchtweg mit Barrikaden und Straßensperren ab. Ich musste aufs Festland. Mit einem Auto ging das nicht. Brauchte einen neuen Plan. Okay, los! Beth, du musst mich abholen. Die Straßen sind zu heiß. In Ordnung. Wo willst du mich haben? Okay. Ich sag dir Bescheid, sobald ich irgendwo hochkomme und mir die Brücke besser anschauen kann. Ich denke aber, es wird nicht möglich sein. Gut, auch wenn wir fast nichts gezockt haben, machen wir erst weiter in der nächsten Session. Das war jetzt auf jeden Fall jede Menge Info. Ja, und wir schauen mal, wie es weitergeht. Bis dann, ciao! So!